Das Ding nachholen. Den Driller, oder wie heißt das? Der Driller. Dann bietet es sich, glaube ich... Achso, ne, wir müssen die Masken vorher aufsetzen, wo man ihn holen kann. Okay, die Sicherheit auf. Okay, keine Jancen. Dann gehen wir hier hin. Entschuldigung, haben wir zum Medic-Koffer? Können wir hier rein, oder? Oben rum. Er geht oben drauf. Ja. The Red Devil. Hörst du da Mucke oder so? Nein, das ist nur die Mucke aus dem Spiel. Obwohl die so sehr leise war irgendwie. Also im Hintergrund nur sind... Ich habe keine Ahnung, was das war. Na, Stealth. Schaffen wir das? Oh, wir haben schon ein gutes Team. Level 60 ist ja fast der eine. Aber wie leckt das gerade? Was macht er denn da? Ja. Oh, Gott. Das ist wirklich leise. Ich weiß nicht, was ich auch nicht? Das ist wirklich leise. Leise. Jetzt starte sie auf. Und hier geht's. Wir sind sicher in ein paar Minuten. Geht auf dem Boden. Alle von euch. Jetzt! Jetzt! Ich habe auch schon zwei festgebunden. Jetzt! Ich bin sechs. Was ist das? Wenn wir die behalten, dann können wir später verhandeln. Wenn einer von uns weg ist. Kommt dir was? Ich habe deine Miene hingelegt. Ich weiß kein Ding mehr. Ist auch ein Hintereingang mit der Miene? Ja, hier. Ist aber auch schon. Oh, hier war einer. Ex-Militarie oder so. Und du bist immer bei mir. Ja. Kann ja auch vom Dach gucken, ne? Ja, da bin ich auch schon drauf gewesen. Das geht eigentlich darum. Ist gar nicht schlecht. Ein schönes Überblick. Ja. Aber die kommen da auch mit dem Heli runter. Ja, dann kann ich dir... Da muss man aufpassen. Ja. Der Kicker? Achso, er hat einen Kicker. Noch... 265 Sekunden. Oh, ist der abgehauen? Ja, der, der... Ich wollte gerade den Drill neu starten. Wie die Schreel, smiley. Ich kille hier gerade die ganzen Cops. Ist gut. Wien. Ich fange diese fucking Drill. Ich liebe diese fucking Drill. Aber ich bin so... Ich habe hier eine Medik-Bag. Da ist kein SWAT. Augen offen halten, falls der Heli kommt Ey, die Füße sind auch laut Stay down! Stay where you are! Oh, das Ding ist ja stimmig Jetzt ne Granate, das wärs Oh, fast nur Muni, ey! Ey, ich hab keiner, wenn ich das mache, guck mal du, soll ich welche runter Oh, ist einer auf dem Dach hier schon Ja, da ist auch was Oh, der Botti da eine Jetzt ist er in der Ecke Oh, ich muss jetzt mal runterkommen, Muni holen, ey Oh, die sind schon drinnen Ich komm grad von hinten hier Oh, da liegt Muni Ja Oh Auch sauer nicht viel, wirst du nicht warten? Ne, aber nur 5 Schuss oder höchstens So schön viel einsammeln Muni, 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 Muni Das ist schon mal Madkit Das ist meins Die lag hier vorher, die ist wohl wieder weg Muni Das ist natürlich scheiße Ah Damn Ich glaub so ein Callsystem, dass man irgendwie jetzt Muni rufen kann oder so Hm, weiß ich nicht, doch nicht Aber es hat auch keiner mehr, wie du siehst Weiß hat der ein bisschen Muni Hoffentlich 16 Schuss hast du da noch Na Wie gesagt, ich glaub da haben ja viele weggeholt vom Dach Oh, aber wie lang ist der Giant? Oh, okay Wie gesagt Tür ist offen Muni, 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 Muni Kann man auch viele Cops sehen Oh Was ist denn die los ey? Jetzt müssen wir ein Loch picken Ein Loch picken? Ein Loch picken Ein Loch picken Ein Loch picken Also knacken Oh, der lebt noch Ah Halt so ein knapp Oh oh Das ist hier nicht gut abgehalten Das ist hier nicht gut abgehalten Jetzt kommt keiner hinter uns Jetzt kommt keiner hinter uns Ah, ich halte Boah, ist da viele Keine Muni Eigentlich gut, wenn ich denn mal hier so ein Schloss machen würde Hm Ah Oh Oh, der Piss hier Oh, nette Pumpe Da liegt jetzt nur so ein Buch drin Ist das ein Fail Oder wie? Oder kann man das Buch aufheben? Keine Ahnung Aufheben war F ne? Fack, ihr habt alle noch so schön für den Muni, ey Ah, nein, 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 nein Oh, das hat 10.000 dead Sehr gut Wenn wir schatten sollten Hat doch kein Bag Gehen wir jetzt? Oder wie? Keine Ahnung Wir brauchen ja auch nicht alle Also 3 oder so Steht ja nicht da Volle Meile Von Oh, es kommt Ja, wir sehen Was soll die finden? Haha, we're in the clear Okay I mean, nothing is perfect But this felt pretty damn good Nice body count, du Du bist schon wieder best accuracy Schon wieder 10 weniger Ich hab 34, du hast 44 Äh, trotzdem hab ich weniger Leute getötet Ist auch okay